ARD Text im Auftrag von Funk Ja, Diablo ist einfach der bester Tanker Der Kampf beginnt in 10 Sekunden Kann Stunnen, Damage machen und Stunnen 5, 4, 3, 2, 1 Zeigt ihnen, dass sie hier nur der Tod erwartet Verlangen durch Okay Das hat keiner gesehen So Sneaky Miki, Little Miki Irgendjemand sollte diesen Helden aufhalten Und der Healer mit Healer plus Illidan mit Okay Oh dear, there, da, da, da I'm getting lost Okay, Little Miki at me, she doesn't cover oh ja, ist der Tickler tot, Illidan down Bei mir gleich Illidan halt, ne? Ah. Geht zurück. Jetzt zurück. Geht ihr euch erst. Ah, ja. Ja, finde ich auch. Wir sollten den Rückzug antreten, das hast du gut gesagt. Ja. Vorwärts! Aktiviert den Schrein! Und fänd nicht in seine Wächter! Der Bestrafer wird den brennenden Höllen dienen! Lee on her way! Hey! Ich glaub du hast die Karte des Lebens. Oh, fuck! Ja. Er ist so toll. Nichts noch mal! Dass ihr das Leben gerettet und meins geopfasst. Uncool. Den Klingse. Das ist auch wirklich uncool. Ja. 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 Ah, das ist so, dass ich den Turke entdeckte. Ich bin so, dass ich leid, dass ich leid. Das ist GG Die, damit wir unbedingt Wind haben Boah, war da? Na, die Illibis Ähm, ja Aber als wir haben Ein größeres Farber hat es auf uns abgesehen Vernichtet ihn Oh fuck it Oh 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 Warte Ich sehe, dass er mir doch etwas hinterher geflogen ist Oder, oder, oder? Doch, ja, tot Der auch tot So, das macht mir unbedingt aus So Der nächste Scheinbraucher, verdammt doch bei mir Ja Die Geimat Leute deux Oh Oh Schnell D Oh Oh, ich liebe Abenteuer. Im Schrei sammelt sich Energie. Macht sie uns zunutze. Das wird spaßig. Los, aktiviert den Schrei! Ihre Schlafer warten! Oh, ich liebe Abenteuer. Oh, scheiße, ich liebe Abenteuer. Ich liebe Abenteuer. Ich liebe Abenteuer. Wir haben einen Abenteuer. Oh, wir haben einen Abenteuer. Ich bin ein Abenteuer, die Abenteuer. Das hat alles ausgespl연ert. Ja, wir werden den Abenteuer dann aktiviert. Ich habe einen Abenteuer. level 10 ich hab's doch gerade schon zu spüren bekommen großartig oh schon die scheiße ich kriege auf diesen helden ja was soll ich mache alleine rein das linie oder was ein bestrafer ist auf dem weg hat er uns nicht leider Das war's für heute. Aber jetzt hab ich hier nicht weiter Heilswichtheit Können wir auch mit dem Team halt endlich was ausrechnen Nebs Ach echt Du musst ja, du musst ja, du musst ja, du musst ja, du musst ja Oh Du bist so vorbei Oh ich hab hier, du bist gut dabei, ich hab hier, du bist gut, ich hab hier dich ja Du bist so cool, weil wir sind ja jetzt schon halb tot Einmal Wader aufröchtern, nehmen wir aufröchtern Oh, zwei von uns den Tode brauchen, um zu reingehen Töte die Wächter und entfesselt den Bestrafer! Geht! Ja ja, das, das, ach so, ja, okay, das sind die, das sind die Profis, die gestorben sind ja Tö, ich bin gestorben, äh, weil wir so schlecht waren Ja Ja Habst du das Licht gesehen? Ja, die gestorben sind wir jetzt eigentlich gar nicht Aber nur wenn wir so schlecht waren, sind die gestorben, äh Ja 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 Wir sind ja auch mehr, aber nur Wir sind ja echt Wir sind echt Ah, das ist ja Oh, ja Ich bin echt nicht Sie haben es zwar wieder geschafft, aber wir haben zumindest endlich die XP ein bisschen ausgeflächigt. Zwei Profis. Achso, ja. Natürlich. Achtung, wir spawnen gleich wieder hinter uns, ja. Ja, klar. Ja, klar. Aber das tut mir leid. Aber das tut mir leid. Oh, ja. Achso, ja. Ich dachte. Oh, ja, das ist scheiße. Du kannst mir leid, ich will nichts mehr tun. Oh geil, ich bin auch für beide Healer tot. Vielleicht gäbe ich das so sein ohne Healer-Kampf. Pack den. Ist er behindert? Ja, du. Pack den ist der letzte, tu was. Oh. Ich glaube, der schlägt ein kleines Mädchen. Leiden wird mir das F geschämt. Ja, leid. Auch immer. Oh ja. Oh klar, das ist einfach zu heftig. Das ist einfach so. Das ist einfach dabei. Was will denn der von mir? Ist der behindert? Kann ich genauso Lilly-Ghost-Panker-Diablo-Ghost-Pussy Toll Dann tötet ihn, bevor er euch tötet! Seht mal, ein Blümchen! Soll ich den 5 Leute rein? Ja, super! Na, siehst du? Denk spielen geht nicht Soll ich den 5 Leute machen Was will denn der, alter? Schreib mal in den Buch. Was ist denn der von solchen Leuten nicht auswählen? Wer hat der Hate, weil er verliert? Ich schaue mal, wie man es richtig schreibt. Ah, liebe es solche Hater. Oder ist nicht liebe sie? Dafür hat man dann auch wieder Spaß bei solchen Leuten. Und jetzt möchte ich anmerken. Erster Platz geht an Serratul, Zweiter an Markus. Äh, sorry. Meiner Meinung nach hat Markus eindeutig getankt. Der hat mehr getankt als der gegnerische Leoric. Aber okay. Und ich habe auch mehr gehealt als der gegnerische Healer. Aber okay. Ich war der Tank und Markus ist nur am wegkriegen gewesen. Ich weiß schon. Naja Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich liebe solche Leute. Und bis dahin würde ich sagen, Servus und Ciao. Gäu. Jäu. Bis zum nächsten Mal.